Kin hat einen Job. Täglich arbeitet er acht Stunden, sieben Tage die Woche. Es ist wichtig, dass Kin Arbeit hat, denn seine Familie ist sehr arm. Ohne Kins Lohn müssten sie hungern. Der 14-Jährige schuftet mit seiner Familie seit vier Jahren in einer Ziegelei in Phnom Penh. Auf dem Gelände leben sechs Familien mit ihren Kindern. Es ist staubig und heiß. Nur das Dach der Ziegelei bietet etwas Schutz vor der Sonne. Die Öfen laufen durchgehend, 180.000 Steine passen in einen Ofen. Den Knochenjob der Befüllung der Riesenöfen erledigen die Kinder. Keines dieser Kinder besucht eine Schule. 75 Dollar verdient Kins Familie für zehn Tage. Auf Kins Mithilfe können sie nicht verzichten. Weltweit arbeitet eins von zehn Kindern. Das sind mehr als 168 Millionen Kinder. Weltwischen steuert dagegen. Dass Kinder Rechte haben, weiß kaum eins der Kinder. Die Studentin Marie leitet einen Kinderclub. Früher war sie selbst als Kind hier. Jetzt informiert sie. Das Recht auf Leben, Recht auf Entwicklung, Recht auf Beteiligung und Recht auf Schutz. Wir spielen auch Theater mit den Kindern zum Thema Kinderarbeit. Die Aufführungen sollen aufklären. Die Kinder lernen auch, dass sie Gewalt melden sollen. In Maries Augen hat sich schon einiges getan in den vergangenen Jahren. Doch noch immer müssen Kinder schuften. Ich war so glücklich in der Schule. Ich will nicht arbeiten. Ich will zur Schule gehen. Kinder wie Kind träumen davon, zur Schule zu gehen. Es muss kein Traum bleiben. Kinder wie Kind träumen bonded. Kinder scrutiny sind complimentary. Wir tun 205 Stunden T approve.